Erstmals seit über sieben Jahren stehen sich der 1. FC Schweinfurt und die Würzburger Kickers wieder in einem Punktspiel gegenüber. Dementsprechend groß ist auch das Interesse, 3883 Zuschauer sorgen für eine dem unterfränkischen Traditionsderby angemessene Kulisse im Sachsstadion. Die sportliche Ausgangslage vielversprechend, beide Teams nach ihren 0-1 Niederlagen aus der Vorwoche durchaus unter Zugzwang, wobei die Schnüdel im gewohnten Grün-Weiß mit einem Sieg nach Punkten mit dem Rivalen gleichziehen könnten. Und dementsprechend motiviert legten sie auch los. Nach starker Vorarbeit von Tim Kraus zwingt der nach seiner Verletzungspause wieder in die Startelf zurückgekehrte Adam Jabiri. Gästegoalie Mark Richter nach nicht einmal zwei Minuten gleich mal zu einer ersten Glanztat. Und die zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagenen Gastgeber machen direkt weiter. Nach der Hereingabe von Kraus setzt Nikolas Pfarr das Leder völlig freistehend am Tor vorbei. Die Gäste durchaus beeindruckt vom forschen Auftakt der von Christian Gmünder hervorragend eingestellten Heimelf. Erst nach knapp 20 Minuten kamen sie zum ersten nennenswerten Abschluss durch Benjika Kassiel. FC-Schlussmann Niko Stefan kann aber zur Ecke abwehren. Kurz darauf zieht dann Ivan Franjic ansatzlos ab. Langsam aber sicher fanden die Kickers besser in die Partie, leisteten sich jedoch in der Defensive nach wie vor den ein oder anderen Schnitzer wie hier Felix Göttlicher. Christian Böhnlein kann dessen Stockfehler aber nicht bestrafen. Wie das geht machten dann aber die Würzburger vor. Janis Rabold mit einem leichtsinnigen Rückpass direkt in die Beine von Salio Sané. Und der macht das dann ganz abgezockt. Mit seinem vierten Saisontor bringt der Goalgetter seine Farben in der 28. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Der Rückstand zog den Hausherren nun kurzzeitig komplett den Stecker. Und das nutzten die Kickers im Stile einer Spitzenmannschaft gnadenlos aus. Kassiel mit der Hereingabe und Dominik Meisel vollendet zum 2 zu 0 nach 35 Minuten. Der Spielverlauf damit völlig auf den Kopf gestellt. Doch Schweinfurt zeigte eine gute Reaktion und kam kurz darauf zur nächsten Gelegenheit. Jabiri scheitert aber erst an Richter und dann wird der Winkel zu spitz. Mindestens ein Tor hätte die Heimelf hier definitiv verdient gehabt. Ähnliche Situation dann direkt zu Beginn des zweiten Abschnitts. Nun weiß Sané, der aus nahezu identischer Position am langen Pfosten vorbeischießt. Dann war aber wieder Schweinfurt an der Reihe. Und in der 55. Minute muss Schabiri nach der mustergültigen Vorarbeit von Jakob Engel nur noch den Fuß hinhalten und verkürzt mit seinem siebten Saisontreffer auf 1 zu 2. Das längst fällige Erfolgserlebnis für den FC sorgte also wieder für richtig Spannung. Doch die Kickers spielten in der Folge ihre ganze Qualität aus, ließen die Gastgeber kaum mehr in die Gefahrenzone kommen und nutzten die sich nun bietenden Räume aus für Konter. Einer davon führte in der 75. Minute zum 3 zu 1. Der eingewechselte Benjas Solomon Junge Abiol liegt quer für Sané und der trischt die Kugel trocken ins Eck zur Vorentscheidung. Denn obwohl noch eine Viertelstunde zu spielen war, fehlte Schweinfurt in der Schlussphase schlicht und einfach die Kraft, um sich nochmal heranzukämpfen. Zwar gelang Lukas Zeller in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das 2 zu 3. Doch direkt im Gegenzug stellte Sané mit seinem dritten Treffer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Am Ende der aufgrund vieler Unterbrechungen zwölfminütigen Nachspielzeit erhöhte Maximilian Zeiser dann sogar noch auf 5 zu 2. Das dann aber doch eindeutig zu viel des Guten, denn so klar wie das Ergebnis war dieses Match keineswegs. Ja, war ein Derby-Abend. Ich glaube, war vieles drin, war alles drin, was man sich dann irgendwie so in der Derby vorstellt. Wir mussten erstmal die Anfangsphase überstehen, wo Schweinfurt natürlich richtig gut im Spiel war und gute Chancen hatte. Aber wir haben uns dann ein bisschen befreit und sind dann auch zu Tormöglichkeiten gekommen, haben dann Fehler ausgenutzt von Schweinfurt und dann kurz danach auch das 2 zu 0 nachgelegt. Das war natürlich gut, so in die Halbzeit zu gehen und das mit einem Anschlusstreffer natürlich nochmal eng wird, war klar. Aber ich glaube dann auch das 3 zu 1 und dann auch das 4 zu 2, das waren natürlich dann schon nochmal gute Momente, die wir hatten. Ja, wir kommen, glaube ich, ganz gut rein, haben zwei, drei ganz gute Chancen, machen die nicht. Ja, dann kommt das Gegentor, wir verlieren ein bisschen den Faden und trotzdem bleiben wir immer wieder dran. Fußball ist ein Fehlerspiel, aber Geschenke gibt es zu Weihnachten und nicht heute. Und ja, da sind wir einfach zu naiv in gewissen Situationen, wo wir die Zweikämpfe nicht richtig annehmen. Und damit müssen wir ganz, ganz hart und das werde ich morgen früh machen, ganz hart mit der Mannschaft ins Gericht gehen, weil so kann man sich im Derby nicht präsentieren dann. Schweinfurt zahlt also trotz seiner ansprechenden ersten Halbzeit am Ende viel Lehrgeld und verliert erstmal den Blickkontakt an die Spitze. Die Würzburger Kickers bleiben dagegen nicht nur zum vierten Mal in Folge auswärts unbesiegt, sondern melden sich mit dem Derbysieg im Kampf um die Meisterschaft eindrucksvoll zurück. Die Würzburger Kickers Die Würzburger Kickers Die Würzburger Kickers Die Würzburger Kickers